Am 31. Oktober 2006 starben 130 Menschen bei einem Flugzeugabsturz. Ich war der Letzte, der mit den Piloten gesprochen hat. Wusstest du das? Ich habe schon mal gelebt. Ich war der Pilot von Flugzeug 2005. An was erinnerst du dich? Du erinnerst dich also an deinen eigenen Tod. Nein. Wie fühlt es sich an zu sterben, Jakob? Wenn du mit diesem Flugzeug fliegst, dann sehen wir uns nie wieder. Ich weiß nicht, ob die außer mir nur der Pilot wissen kann. Du bist ein verdammter Lügner. Ein verdammter Lügner! Ich werde jemanden verlieren. Ich muss wissen, ob ich die Person wieder sehe. In einem nächsten Lesen. Mach es mit meinem Sohn! Glaubst du an dein nächstes Leben? Ich würde gehen. Warum? Ich würde mich nicht mehr allein fühlen.